So, und herzlich willkommen zum diesjährigen Timolia-Adventskalender. Ich mache wie jedes Jahr eigentlich wieder Speedruns, das heißt den ersten seht ihr jetzt gleich und es kommen dann die nächsten Tage auch weitere Videos. Ich weiß auch nicht, ob ich jeden schaffe oder nicht und ich werde diesmal wahrscheinlich auch etwas weniger Zeit investieren als die letzten Jahre, also vielleicht werden einige auch nicht so gut oder manche kommen vielleicht auch gar nicht. Gleichzeitig werde ich wieder versuchen, wie letztes Jahr täglich zu streamen. Ich weiß nicht, wie viel ich da von Timolia streame, wahrscheinlich nicht ganz so viel, weil es, denke ich, relativ langweilig ist, wenn ich jetzt einfach drei Stunden am Stück einfach nur streame, wie ich Speedrunne. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so schauen, dass ich so vielleicht eine Stunde Timolia streame und vielleicht streame ich auch noch ein bisschen was anderes, mal schauen. Auf jeden Fall könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ich denke auf jeden Fall wieder morgen. Dieses Video sollte ja am ersten noch online kommen. Ja, also ich denke irgendwann morgen Abend, Nachmittag oder so. Joa, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß hiermit und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Videos. Bis dann, ciao. Ich denke, ich bekomme es ganz schön. Ich denke, ich würde nicht machen, ich würde nicht verändern, denn ich würde ganz schön ändern. Bis dann, in der Geschichte unserer Leben, die besten Zeiten, durch colorglass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020